So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Tactical Intervention. So, das ist jetzt auch erstmal, also heute müsste bei euch Donnerstag sein, ist auch erstmal die letzte Folge, wo es täglich kommt, so wie ich das jetzt geplant habe. Achso, wir sind ja noch im Warm-Up, besser gesagt, in der Wartephase. Oh, ich glaube, ich will mal runter springen, lass mich mal. Yeah, oh, nice, so, nice'r. So, gar keine, gar keine Marken oder so hier. Ja, äh, für weib' wo, wer, wer kommt drauf? Von, was die das ja abklassert? Ja gut, ich find's aber ganz gut, dass es einfach gar nicht versucht zu faken die Marken oder so. Nein, sie schreiben und verdreht den Namen hin. durch da hier erstmal schön so ein halbsniper ja ich habe einen schein getroffen weil er gerannt und damit da ich sehe nicht wirklich viel wenn ich ihn einmal getroffen hat das ist ein bisschen kacke müssen sehr kacke teilweise total tot anscheinend viel lebendiges gibt 10 fest nicht mehr und ich glaube hier oben will ich nicht so nicht viel kürzen naja so dass da sind sie noch immer erst mal 10 truffte ich glaube ich habe auch getroffen auch kommen ach von der seite auch noch ja wieso nicht wieso denn auch nicht ich habe noch gar kein kenne gemacht weil ich dafür anscheinend zu schlecht bin und immer schön in deckung bleiben von wo auch von der unten finde ich nicht gut um mich zu so schön getroffen was auch noch von der seite oder was ich achte immer nicht auf diese scheiße hätte ich hätte mich einfach gar nicht woanders hin da hocken sollen aber das ist wieder was anderes ja ich habe von der anderen position hätte ich echt besser getroffen so es ist dritt immerhin ich bin nicht ganz getroffen war ja auch schon ein assistant spring zu xp aber es bringt ein paar weniger was ja auch nicht gut für irgendwie wenn die leute viel mehr im team spielen glaube ich zumindest erinnere du bist nirgends sicher ja alle seid ihr nirgends sicher das glaubt gefällt mir auch nicht ich weiß nicht ob das schlauste auf gut glück rein zu flangen ich muss ja hier hoch gehen endlich habe ich mal kill gemacht da sehe ich ihn ich habe ihn gesehen gut hat er ihn ja scheint so na gut der machte die automatgeburt von mir aus vielleicht will die man reine benutzen das das war auch nicht so easy ich bin mir so ein infrarot scopes ganz cool so wie ich hab ich perfekt geworden wenn der ist eine hochheilkarte hier wegflangt von der seite einfach so blöd und man nicht mehr so nicht das magazin mehr machen jetzt mal ziehen kann ich schon mehr machen aber nicht die munition der hand so hat ich das jetzt einkommen ist es dann wäre auch wieder drin gewesen oder ich habe ihn ja getroffen was er denn da wird es gerade so gesund ist hier runter zu gehen kbs hoffen zu pappet haben ich kann mir als schaufelste puppe hat schon sichtbar da war einer pass mal auf ich schleim mich da von hinten an ist er nicht so dass er es nicht verdient hätte ups oh mann wegen dir ist es explodiert wir mussten naja aber ein paar kittes gemacht jetzt die schwecke ich hier draufheben so das gebe ich zu die 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 so weiter geht die das nein jetzt glauben soll ich jetzt mit der waffe woher ist es wirklich okay aber dieser grüne also das gas ist wie möglich die fräckte besser wie mit der mit der durch konstant schaden macht auch auf einem radius aber sein nicht drin stehen bleiben um zu sterben muss nur kurz sein boah ne amal nicht geschafft egal ich habe den killig und das war's die dual piste ich weiß nicht ob die was freiget weil in meiner normalen schieße ich guck bei mir schützt es hier wie es einmal meine alten Gesprächsthema ich wünsche ich die Kommentare ich habe mich schon wieder total beschissen an weil ich bin einfach erkältet mitten in der Sommerferie dann haben wir ihn gesehen ist der heim gegangen oder wo ist der guck ich an um die Ecke was an die Ecke kommt doch nicht um die Ecke er ist gestorben nein ich hatte tief ich hab das Punkt ist gar nicht ganz so dicht das war's auch schon wieder doch nicht gefallen wenn sie noch wollen wenn sie gewaltt lassen dann runter also ich kann nicht abonnieren und schiss und bis zur nächsten Folge